Hallo, Claudia Dickinson ist mein Name. Ich bin Physiotherapeutin, Schiazotherapeutin, Mutter von zwei Kindern und gebe seit vielen Jahren Weiterbildungskurse für meine Berufskollegen. Das Thema Babymassage ist meiner Meinung nach heute wichtiger denn je. Es geht darum, die Eltern zu stärken im Umgang mit dem Kind, die Wahrnehmung zu schärfen, welche Bedürfnisse das Kind hat und auch die Intuition wieder wachsen zu lassen, was für das Kind gut ist, über die Berührung mit den Händen und die Massagegriffe. Wir wollen einen Kurstag verbringen und viele Griffe lernen. Es werden auch ein paar Akupunkturpunkte gezeigt, ein paar Hausmittel zum Thema Fieber, Zahnen, Erkältung, aber auch organisatorische Dinge werden wir besprechen. Welche Öle können zum Einsatz kommen, wie kann man einen Kurs aufbauen, wie viele Stunden würde so etwas dauern, wie sieht die Kostenseite aus, was gibt es bei Versicherungen oder steuerlichen Dingen zu beachten. Das wollen wir alles in diesem Kurstag lernen. Und ich richte mich mit diesem Angebot an alle Berufsgruppen, die rund ums Kind tätig sind, Erzieher, Heilpfleger, Erzieher, Hebammen, Physiotherapeuten, Masseure und freue mich auf euer Interesse.